Purification ist ein Öl, das einem hilft, das elektromagnetische Feld wieder auszugleichen. Es ist ein Öl, das auch hilft, energetische Störfelder zu reinigen. In der heutigen Zeit brauchen sehr viele Menschen unter elektromagnetischem Stress, unter Störfeldern, weil wir von ganz vielen Dingen beeinflusst sind. Computer, Handy und was auch immer. Da ist Purification ein wunderbares Öl, um diese Vibrationsstörungen in unserem Körper wieder auszugleichen. Wofür kann ich es verwenden? Wie schon gesagt, ich kann es verwenden zum Reinigen, zum Auftragen auf den Handgelenken, damit es eben die Vibration ausgleicht. Aber auch dann, wenn ich einen klaren Kopf brauche, wenn ich zum Beispiel eine Stärkung brauche bei Prüfungsängsten in der Schule oder im Berufsleben oder wann auch immer, dann hilft mir diese Purification sehr, sehr schnell wieder klar zu werden, einen freien Kopf zu kriegen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. gesprochen haben. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020